Jeremy Pascal Wollny geht juristisch gegen Kalanta vor Ausrufezeichen. Das lässt er nicht auf sich sitzen. Seit Jahren legen sich einige Familienmitglieder des Wollny-Clans in den Haaren. Jeremy Pascal Wollny hatte seiner berühmten Familie bereits mit 16 Jahren den Rücken gekehrt. Vor einigen Wochen erhob seine Schwester Kalanta Wollny, 23, dann schwere Anschuldigungen gegen den Vater einer Tochter. Die Realizitividerstellerin warf ihrem Bruder sexuelle Übergriffe vor. Nun meldet sich Jeremy zu Wort und bezieht Stellung Ausrufezeichen. Selbstverständlich habe ich mich gegen die erfundenen Geschichten meiner Schwester juristisch gewehrt. Derzeit laufen strafrechtliche Ermittlungen gegen meine Schwester aufgrund der falschen und erfundenen Behauptungen, äußert sich der Nordrhein-Westfaler in einem Instagram-Beitrag. Doch auch zivilrechtlich sei er gegen Kalanta vorgegangen, hier muss sie sich auch noch verantworten. Punkt doch damit nicht genug, Jeremy zweifelt auch an der geistigen Gesundheit seiner Schwester. Es ist zu sagen, dass meine Schwester seit ihrer Kindheit psychische Probleme hat. Diese führten auch zu dem besagten Bruch zwischen Kalanta, meiner Familie und mir. Die 23-Jährige flüchte sich laut Jeremy immer in die Opferrolle.die Wollnys, das sagt Jeremy Pascal Wollny zu Kalanta Wollnys schweren Vorwürfen. Was viele ebenfalls brennend interessieren dürfte, Jeremy Pascal Wollny hat sich in seinem Statement auch erstmals zu den Vorwürfen geäußert, die seine Schwester Kalanta Wollny via Instagram gegen ihn erhoben hatte. Wir veröffentlichten Jeremy Pascals Statement unverändert und ein genaues Wortlaut, damit ihr euch selbst ein Bild seiner Sicht der Dinge machen könnt und aus eigener Hand erfahrt, welche überraschende Wendung es kürzlich zwischen ihm und Sylvia Wollny sowie den restlichen Wollnys gab. Punkt Ihrer Anfrage entsprechend gebe ich Ihnen zu dem genannten Thema die folgende Stellungnahme ab. Im September 2023 näherte ich mich nach Jahren des fehlenden Kontakts wieder meiner Familie an. Insbesondere mit meiner Mutter entstand eine erste Annäherung. Es fanden einige erste unverbindliche Treffen statt, in denen man versuchte, sich wieder anzunähern und alte Differenzen zu bereinigen und beizulegen. Nach Wochen der Annäherung wurde auch der Kontakt zu meinen anderen Familienmitgliedern wieder enger. Zu diesem Zeitpunkt war meine Schwester Kalanta tief mit unserer Familie zerstritten. Der Streit ging jederzeit von ihr aus. Es ist zu sagen, dass meine Schwester seit ihrer Kindheit psychische Probleme hat. Diese führten auch zu besagten Bruch zwischen Kalanta und meiner Familie und mir. Kalanta begibt sich seit ihrer Kindheit in die permanente Opferrolle. Dieses Verhalten konnte sie bis heute leider nicht ablegen, auch die psychologische Hilfe von Fachleuten konnte dies nicht ändern. Mittlerweile ist uns auch eine Drogenabhängigkeit meiner Schwester bekannt geworden. Ich bin über die Vorwürfe der vergangenen Zeit zutiefst empört und menschlich sowie persönlich getroffen. Obwohl mir der psychische Gesundheitszustand meiner Schwester bekannt war, ist das Ausmaß der Vorwürfe ein nicht leicht zu verarbeitender Schock für mich. Besonders die Tatsache, dass alle Vorwürfe frei erfunden sind, macht mir schwer zu schaffen. Trotz aller Differenzen der vergangenen Jahre ist eine Familie immer noch eine Familie. Solche Lügen in der Öffentlichkeit zu verbreiten, beschmutzt nicht nur mein Ansehen, sondern auch das der ganzen Familie. Meine Schwester hat mit ihren Lügen nicht nur mich angegriffen, sondern unsere ganze Familie. Selbstverständlich habe ich mich gegen die erfundenen Geschichten meiner Schwester juristisch gewehrt. Derzeit laufen strafrechtliche Ermittlungen gegen meine Schwester aufgrund der falschen und erfundenen Behauptungen. Ebenso bin ich zivilrechtlich gegen Kalanta vorgegangen. Hier muss sie sich auch noch verantworten. Die Wollnis wieder vereint. Sylvia Wollny und Jeremy Pascal Wollny haben wieder Kontakt. Nach den schweren und emotionalen vergangenen Wochen sehe ich nun aber im Hinblick auf das mittlerweile wieder gute Verhältnis zu meiner Familie auf eine positive und harmonische Zukunft. Werde ich noch meine Familie werden uns von der psychischen Situation von Kalanta herunterziehen lassen. Ich wünsche ihr trotz der Geschehnisse nur das Beste und dass sie sowohl ihre Drogenabhängigkeit als auch ihre psychische Gesundheit in den Griff bekommt, um irgendwann wieder ein normales Leben führen zu können. Ich freue mich nun darauf, das erste Mal seit Jahren wieder den Geburtstag meiner Mutter mit meiner Familie verbringen zu dürfen. Punkt Sylvia Wollny feiert Geburtstag erstmals seit langem gemeinsam mit Jeremy Pascal Wollny. Am Montag, den 5. Februar 2024, feiert Sylvia Wollny ihren 59. Geburtstag. Dabei wird sie so viele Kinder um sich versammeln, wie schon lange nicht mehr. Wir sind gespannt, ob im Rahmen der Feier vielleicht sogar das erste Familienfoto mit Jeremy Pascal entstehen wird. Punkt, dass überraschend auch Kalanta Wollny eingeladen wird und es somit zu einer Reunion kommt, ist aufgrund der Vorwürfe und der schweren auszuschließen. Bislang hat die 23-Jährige noch nicht auf das Statement von Jeremy Pascal reagiert. Punkt Hinweis der Redaktion, Jeremy Pascal Wollny hat das veröffentlichte Statement exklusiv TV Movie. D zur Verfügung gestellt und mit folgendem Vermerk versehen, die Stellungnahme ist nur zum unveränderten Abdruck oder Gebrauch freigegeben. Sollten nur einzelne Passagen abgedruckt werden, bitte ich darum, den Kontext unverändert zu lassen. Ich bitte um Verständnis.